Vergrößern. Jetzt anders. Energiefäden ziehen. Verkleinern. Fäden ziehen. Verkleinern. Fäden ziehen. Verkleinern. Fäden ziehen. Und jetzt magnetische Hände. Dicht aneinander vorbei. Atmende Hände. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Mittelachse. Schon Kanal. Gut. Drei Hauptenergie-Tore öffnen und schließen. Oberer Brustbereich ist das. Soda-Plexus ist das. Soda-Plexus ist das. Und unterbar ist das. Das ist das. Energieaufnahme auf diesen drei Hauptenergiebereichen. Parallelsorg, Oberbrustbereich, Solarplexus, Solarplexus. Und, wunderbar. Gut, und Sonne, Mond. Und, andersrum. Die Übung ist für den oberen Brustbereich, Herzregion, Lungen. Rot, Energie senken. Können wir mit oder ohne Berührung machen? Ich mache es heute ohne Berührung, sonst mache ich immer mit Berührung. Gut. Zwei Übungen für den Bauchbereich. Energie in den Unterbauchscheffeln mit leichter Tuchfüllung. Ich mache es heute ohne Berührung. Ich mache es heute ohne Berührung. Gut. Zweite Übung für den Bauchbereich. Ich zeichne jetzt einen Kreis im Gegen-Urzeigersinn. Für euch sieht das anders aus. Also, ich sage mal, kreist vor dem Bauch nach rechts, dann weg, dann nach links und auf den Bauch zu. Daumenball rutschen nach rechts am Körper, Arme ausstrecken und dann nach links. Dann seid ihr im Gegen-Urzeigersinn. So. Und schaut mal, wie ich jetzt noch kreise. Das wird sich gleich verändern. Denn ich bringe jetzt eine Körperdrehung mit rein. Und zwar so. Die Daumenballen rutschen von der einen Hand Hüfte zur anderen Hüfte. Die Daumenballen rutschen von der einen Hüfte zur anderen Hüfte. So. Und jetzt verändere ich und zwar kreise ich jetzt im Uhrzeigersinn ohne Körperdrehung. Wenn die Arme ausgestreckt sind, kreisen die Hände nach rechts. Wenn die Hände am Körper sind, rutschen sie am Körper nach links. Das ist Uhrzeigersinn. Und jetzt bringe ich die Körperdrehung mit rein. So. Dann halte ich den Ball an. Verweilen meinen Augenblick. Also ich bin jetzt schon richtig gut zufrieden. Ich spüre im ganzen Körper Energie tanzen und wabern. Ich bin durchdrungen und erfüllt ganzer Körper von Energie. Und was ich erreiche und das könnt ihr mit der Zeit auch erreichen. Und vielleicht sogar mehr. Gut. Ja, und damit das Ganze aufgelockert bleibt, erstmal Beine vertreten. Bis dahin. Bis dahin.